Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 1971 war die Welt in Bewegung. Aber da bei uns war es, als würde sie stillstehen. Wir kämpfen für die Befreiung der Frauen. Ich fühle mich aber nicht unfreiig. Es ist wegen Frauen weniger als die Förscher. Wie fände ich, wenn ich wieder ein bisschen arbeiten würde? Ist das wichtig als unsere Familie? Und ohne meine Zustimmung kann ich auch gar nicht. So ist das Gesetz. Die Frau in der Politik, meine lieben Damen, ist schlichtweg gegen die göttliche Ordnung. Nein. Ich bin nämlich für das Frauenstimmrecht. Zum Glück ist euch meine nicht ausschlaggebend. Ich bin dabei. Ich bin im Kampf. In Italien streiken die Leute, wenn sie etwas wollen. Wir müssen unsere Vaginas kennenlernen. Wir müssen unsere Vaginas kennenlernen. The Eye of God. Was hat sie gesagt? Nichts ist etwas Blasphemisches. Was ist das so? Ich finde auch vieles ungerecht. Und ich mache nicht einen solchen Aufstand. Wenn der auch nicht aufhört, dann nehmen wir mal etwas. Wir müssen uns nicht aufhört. Die Männer machen Gesetze. Aber die Betroffenen von diesem Gesetz sind wir auch. Wenn es eigentlich glasklar ist, wie himmelschreiend ungerecht da ist. Für welche Tage reservieren? Für das lokale Aktionskomitee, für das Frauenstimmrecht. Das Weib hat in der Gemeinde zu schweigen. So stolz sind die Bibel. Du sollst nicht Ehe brechen. Steht da in der Bibel.